3, 4, 4, 5 Es ist doch nur ein grüner Ausweis. Es ist doch nur ein Abwand. Es ist doch nur fürs Reisen. Doch nur für die Arbeit. Es ist doch nur, weil wir uns sonst von ihnen trennen müssen. Es ist doch nur ein Bluttest. Es ist doch nur ein Schiff. Es ist doch nur ein Heim. Doch das Beste für die Kinder. Es ist doch nur, weil sie bei ihnen nicht sicher sind. Es ist doch nur, dass sie zur Einsicht kommen. Es sind doch nur noch ein paar Jahre. Es ist doch nur, weil sie uns aufgefallen sind. Es ist doch nur für eine kurze Befragung. Es ist doch nur, weil unsere Kenntnisse vollliegen. Es ist doch nur, weil sie nicht kooperativ sind. Es ist doch nur, weil das Gesetz es jetzt so vorschreibt. Es ist doch nur, dass sich die Klappe unter ihren Füßen erfüllt. Es wird schon nicht so wehtun. Es wird schon nicht so schön. Denn es ist doch nur ein Erd. Ein Erd und eine Maske. Es sind doch nur ein paar Nebenwirkungen. Es ist doch nur eine Maske. Es sind doch nur drei Wochen. Es ist doch nur wegen der Krankenhäuser. Es ist doch nur kurz, dann machen alle wieder auf. Es ist doch nur ein Test. Es ist doch nur ein Erd. Es ist doch nur das Glückwissen, mit wem sie Kontakt hatten. Es sind doch nur ein paar Nebenwirkungen. Lala 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 lala. La 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 la